Herzlich Willkommen hier im Autohaus Sinopio. Mein Name ist Sven Ludwig und ich stelle Ihnen heute einmal diesen Quarzgrauen Opel Saphira vor. Dieses Fahrzeug verfügt über LED-Scheinwerfer, als Tagfahrlicht 17 Zoll Alufelgen. Wir schauen während der einen kurzen Blick in den Innenraum und gehen einmal weiter zum Kofferraum. Der Saphira verfügt über einen sehr großen Kofferraum, der zusätzlich bei dieser Ausstattung über zwei zusätzliche Sitzplätze hinten verfügt. Schauen wir uns einmal den Innenraum an. Wir sehen einmal ein Multifunktionslenkrad mit einmal dem Tempomaten und dem Limiter, die Freisprecheinrichtung für die Verbindung mit dem Telefon, am Touch-Display finden wir einmal das Navigationssystem und hierüber wird auch zugleich die Rückfahrkamera angezeigt, mit der Sie ohne Probleme einparken können. Ich hoffe, ich konnte Ihnen diesen Opel Saphira näher bringen. Haben Sie Fragen oder Anregungen, ich freue mich einmal über einen Anruf. Mein Name ist Sven Ludwig und meine Durchfall finden Sie in der Videobeschreibung.